Musik Willkommen meine Damen und Herren, willkommen nach deinem Braunkäse, meine Malaise. Diese Arbeit ist das Thema Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Norwegen und wir werden die anderen über Unterschiede in Schule und Musik sprechen. Und selbstverständlich werden wir auch kommen. Jetzt treffen wir einen Austauschstudenten. Es war ein Monat in einer nürnwegischen Schule. Willkommen! Guten Tag, ich bin Bonn, Günther Bonn. Guten Abend, Bonn. So, können Sie bitte erzählen, was Sie am merkwürdigsten in der nürnwegischen Schule gefunden haben? Ich finde, dass die nürnwegische Gewohnheit mit Butterbrotpaketten ganz besonders ist. Ja, das haben wir verstanden. Jetzt werden wir den Fernsehern ein Resümee von deinem Erlebnis zeigen. Tag 1 Alle wissen, dass es wichtig ist, rechtzeitig zu der Schule zu kommen. Ich bin eine Stunde bevor der Unterrichtszeit erscheinen. Es gab niemanden da. Ich verstehe nicht, warum nicht? Als wir essen sollten, könnte ich kein Tablett finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich der Tablett finden kann. Ich habe überall gesucht. Tag 2 Gestern hatte der Busversal nicht verspart in Spätung. Deshalb komme ich heute auch früh. Jetzt werden wir essen und ich habe meine eigene Tablette mitgenommen. Aber ich habe kein Essen bekommen. Die anderen Schüler haben kleine Ketten mit Brot mitgebraucht. Ich will auch morgen mein Tablett mitbringen. Tag 5 Ich bin wie üblich eine Stunde frühzeitig. Wo sind alle? Es war schrecklich unhöflich von den anderen Schülern, nicht vor der Lagerin aufzustehen. Tag 10 Ich habe du zu meinen Lagerin gesagt und ich habe mich entschuldigt, aber ich weiß nicht, ob die Lagerin meinen Ausflug akzeptiert hat. Ich habe eine größere Fehler gemacht. Warum bin ich so unhöflich? Tag 27 Ich habe eine Stunde frühzeitig erscheint. Warum sind da nicht andere Schüler hier? In der Esspause habe ich eine Schnitte von einem Klassenkameraden bekommen. Das ist ganz wettwürdig. Ich hasse die niederländische Schule. Ich vermesse Deutschland. Ja, jetzt haben wir einen Bericht von Günther gekriegt und haben gehört, was er von Norwegen meint. Lasst uns hoffen, dass unsere nächsten Gäste einen anderen Eindruck von Norwegen bekommen haben. Bitte wünschen Sie unseren nächsten Gäste willkommen. Dr. Weißen, willkommen. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. So, Dr. Weißen, was glauben Sie, die größten Unterschiede zwischen Deutschland und Norwegen sind? Ich denke, dass historisch gesehen sind Unterschiede im Ackerbau die wichtigsten. In Deutschland ist es von früheren Zeiten gewöhnlich gewesen, die Häuser beieinander zu bauen, weil es sehr wichtig war, gute Nachbarn zu haben. In Norwegen haben die Leute an sich selbst gedacht und haben ihre Häuser weit voneinander gebaut. Ich denke, dass diese Unterschiede viel in norwegischen und deutschen Menschen erzählen. Norwegische Menschen wollen allein sein, während deutsche Menschen zusammen sein wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Nacht. So. Welche Gedanken machen Sie sich von Norwegen, Frau Wagner? Ich habe in Norwegen und in Deutschland unterrichtet und es ist echt sehr groß und viele Unterschiede. Deutsche Schüler sind von der Kindheit mit strengen Regeln und Disziplin bekannt gewesen und es ist einfach, sie zu unterrichten. In Norwegen sind die Schüler oft unhöflich und es ist oft sehr schwierig, sie etwas beizubringen. Ich bin der Meinung, dass jemand in Norwegen etwas in diesen Sachen machen sollte. Unsere nächste Gäste ist Walter Straussmann, das bekannte Musiker. Also, ich habe Konzerten sowohl in Norwegen als auch in Deutschland versatet. Und ich habe deswegen beachten können, welche Musik die Leute in den beiden Landen mögen. In Deutschland mögen die meisten Jugendlichen Rock und Metall, während die Norweger am meisten Musik von Amerika wählen. Es hat mich überrascht, dass der Unterschied so groß ist. Ich glaube, dieser ist der wichtigste Unterschied überhaupt. Danke, danke, danke. Wir gehen weiter. Dankeschön. Danke, danke. Danke. Musik ist der wichtigste Musik. Wir waren beiden in der Speiseecke mit einem Lokalkoch und wir haben speziell norwegische und deutsche Gerichte gemacht. Und ich habe mir gedacht, wie war es eigentlich für gut? Das resultat aber nicht so schlecht. Aber lassen wir uns mal sehen, wie es gegangen ist. Ich will echt nicht diese sehen. Aber ja. Guten Tag und willkommen zu Mahlzeit. Mahlzeit am Fernsehen. Heute sollen wir eine norwegische und eine deutsche Spezialität machen. Und Katharina, was wollen Sie machen? So, wir wollen machen einen Apfelkuchen mit Butterteig. So, wir haben Apfel, Butter, Mehl und viel Zucker. Und wie klar, Kanäle. Ich freue mich. Viel Glück. Danke. So, dann anstehen wir den Ofen. Ja. Zuerst klateren wir mehr Wasser und Margarin. Und stellen an die anderen Bestandteile. Aber wir haben ein bisschen geschummelt. Die Kuchen ist fertig. Die Kuchen ist fertig. Und jetzt machen Sie die norwegische Spezialität. Dann brauchen wir Kartoffeln und brauchen Käse. Und Pizza Grandiosa! Da öffnen wir die Pizza. Ich schneide die braune Käse. Und lege das auf die Pizza. So, wir legen die Pizza in den Ofen. Dann schneiden wir alle Kartoffeln. Fertig! Guten Appetit! Nie wieder! Ich habe keine Ahnung. Ist Winterfro? Hat er einen totalen Spleen bekommen? Ich weiß nicht. So. Ich weiß nicht. Das ist hier. Wir sehen uns. Wir haben die Pizza King. Wir können speziell in die PizzaOS auch nicht entkommen. Wir kommen auf´s king. Wir haben die Pizza. Wir sind Killen. Wir eres Mullin. I love you best, and do me care Was like the hot fuck Ring 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 Was sagst der Rottfall? Was sagst der Rottfall?